Rechts? Ja, die Ägypter waren, glaube ich, auch rechts. Die haben nämlich die Pyramide rechts gebaut. Ey, die ist irgendwie nur halb voll... also die ist nur halb... Wow, cool. Moment, pass... Hä? Das ist echt eine halbe Pyramide. Pass auf, nicht auf die dritten... Schon klar, ich hab die abgeholt. Ja, ich weiß nicht, hast du die Folge gesehen, wo mir das Malheur passiert ist? Nein. Da hab ich auch... Da sind zwei Diamanten drin und drei Diamanten. Da hab ich meine erste Pyramide gefunden. Und bin dann irgendwie hier ungefähr aus dieser Höhe runtergesprungen, so. Und dann hat es nur Klick gemacht und ich hab ein Zischen gehört und dann war ich auch tot. Okay, ich hab jetzt das ganze... Gammelfleisch hab ich nicht mitgenommen. Moment, ich mach grad ein bisschen... So. Gammelfleisch, ja komm, nehm ich mal mit. Kann man ja immer noch wieder wegschmeißen, ne? Oh, TNT. Wollen wir das TNT mitnehmen? Ach, warum nicht, ne? Ja. Ach, kann ich gar nicht. Dann schmeiß ich mal eben hier Samen. Samen hast du genug. Genau. Die werden auch immer wieder nachproduziert. Hä? 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 Ähm, ja. Oh. If you know what I mean. Äh, was? Ja, schon. Ja, ja. Ah, jetzt hab ich deine Samen aufgesaugt. Äh, ja, das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig. Wo wir grad bei dem Thema sind. Ja, wir könnten die ganzen Sandsteine mitnehmen. Wir können die Samen mitnehmen. Wollen wir den Sandstein mitnehmen? Nein. Nicht? Hey, da ist ne Höhle hinter dem. Echt? Ja, hier. Aua. Geht die hier, geht das weiter? Oh ja. Ha. So was. Zombie. Zombies. Zombies. Nein, ich hab die da hingeschmissen. Ich wollte jetzt sagen, was machst du jetzt? Stehst du da rum und bewerfst den Zombie mit Kohle oder was? Das ist effektiv. Glaub mir. Gut. Ja, dann gucken wir doch mal, was wir hier so haben. Vielleicht haben wir ja mehr Glück. Wie ihr seht? Ich geh hier rechts rein lang und du kannst. Ich geh wieder rechts her. Okay. Ja, das hat sich ja gelohnt. Ich muss mal neue Fackeln machen. Wo gehst du her? Ah, ich geh einfach hierher. Äh. Ja, ich würde sagen, wir bleiben auch zusammen, oder? Nein. Hey, der Gang ist eh schon erkundet. Fertig. So, 64 neue Fackeln. Wow, Sklett. Das hat mich erschreckt. Erschrocken. Erschreckt. Wie heißt das eigentlich? Äh, eher schrocken, glaube ich. Ja, das passiert mir aber auch immer. Dann läufst du irgendwie so nichtsahnend irgendwo rum und auf einmal wirst du von einem Pfeil getroffen. Mhm. Und man sieht nicht, woher der kommt. Ja, das ist mir schon so oft passiert, dann erschrecke ich mich megamäßig und verziehe erstmal voll die Maus. Ich hab keine Sticks mehr, ich hab wohl noch Sticks. Ich hätte auch noch ein paar sonst. Nein. Hier ist es ganz schön groß, aber ansonsten ist hier nichts. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Hm. Ähm. Hat man eigentlich ein Thema? Ja, Spanien. Ach so. Ja, ich hör mal in... Ja, ich hör mal in... Ich hör... Meep. Ich hör in Slime. Echt? Ja. Komm mal hierher. Nicht? Doch, jetzt auch. Geronimo! Der ist aber nicht... Nee. Das hört sich an, als wenn der hier über mir ist. Du musst wissen, ich bin einfach so der, der immer rein rennt und rein springt. Einfach so. Ja, ich meistens auch. Auch so bei Ballerspielen. Ja, da eigentlich auch. Ich hab mir von Gronkh jetzt, äh, hier Black Mesa angeguckt. Ich weiß nicht. Sagst du dir das was von Half-Life? Äh, nö. Also das ist nur der Spielname. Ähm. Ja, und dann so teilweise auch wie vorsichtig er sich da so reintastet und um die Ecken guckt. Ja, das könnte ich gar nicht. Da wär mir irgendwie zu lang... Äh, wär mir zu langweilig. Und ja, keine Ahnung, wenn ich so spiele, ich lauf einfach erstmal rein und wenn dann irgendwo ein Gegner ist, äh, merkt man den ja schon. Das macht der bei Minecraft aber auch immer. Ja. Aber er ist auch fast noch nie gestorben. Wobei ich... Nee, ich bin glaub ich auch noch nie gestorben. Ja, aber Sterben ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, nö, aber... Du sammelst die ganzen Rohstoffe ein. Irgendwo ist hier... Slime. Ähm, ich war schon mal in, äh... Griechenland in einer Tropfsteinhöhle. Haben wir auch ein paar Bilder gemacht mit... ... einem Fotoapparat. Hat er auch ein Fotograf? Nein. Ich glaub nicht. Konnte man... Konnte man keine Fotos kaufen? Nein. Wo bist du denn schon wieder eigentlich? Bist du hier zurückgegangen? Ja, ich hab hier alles ausgeleuchtet. Hier ist Ende. Ich hab keine Ahnung... Ach, da bist du. Aua. Aber... Da ist Ende. So Besonderes kann ich jetzt eigentlich nicht dazu sagen. Von wo kommen wir denn? Gut, ich war halt in Griechenland. Da hab ich meinen Opa besucht, weil mein Opa wohnt in Griechenland und... Bist du Grieche? Ja. Bist du, äh... Ich bin Viertel Grieche. Viertel, ach so. Okay. Da muss man ja... Mein Vater ist schon wieder Deutscher. Man, äh... Ja, kann ja sein, dass halt dein Opa nur jetzt... ... halt in der Rente in Griechenland wohnt oder so. Man weiß es ja nicht. Ich hör schon wieder Slimes. Opa, der will halt... Oh, hier ist noch nicht ausgeleuchtet. Mein Opa will halt, dass ich ihn so oft besuche, wie möglich. Aber irgendwie kommen wir nur einmal alle zwei Jahre oder so. Ja, man... Kostet ja auch Geld, ne? Warum ist ja eigentlich eine Kiste? Ach so, ach so. Ach so, ja. Wir sind wieder da. Ja. Ja, wir haben genug Geld. Ach so. Wir können... Wir fliegen eigentlich so jede Ferien... Oder wenn frei ist, irgendwie so... Ja gut, das ist natürlich... Weil hier gibt's ja keine Ferien mehr. Fliegen wir eigentlich so in Urlaub oder fahren. Ja, dann würde ich doch öfter eigentlich mal nach Griechenland fahren. Ist... Ich weiß nicht, war da jetzt noch nicht, aber... Ist bestimmt nicht schlecht, oder? Hm... Ja, ich finde alleine Urlaub jetzt immer ein bisschen langweilig. Und niemand will mit mir mitfahren. Du musst nur erwähnen, dass du Geld hast und so. Dann wollen ganz viele Leute mit dir mit. Ist das... Was ich hier gerade abbau, ist das normaler Stein? Ne. Ne, Sandstein, oder? Das... Ja stimmt, das ist alles noch Sandstein. Und ich höre Spinnen oben. Ich höre irgendwie ganz viele Spines hier. Die Spinne ist hier draußen, die kommt hier aber nicht rein. Die sind doch bei nem Dschungelbiom, oder nicht? Also bei nem Dschungelbiom. Und nachts sind doch da Slimes. Ich überlege gerade, warum ist denn... Ja, hier sind sehr viele Slimes. Aua, aua, aua. Warum haben wir hier so nen halben... Der Slime? Achso, der... der greift dich an. Stirb! Tötet den Wackelpudding! Ah, hier sind noch mehr. Und noch mehr. Und ganz viele. Gekommen man eigentlich auch die Slime-Balls, wenn man die mit dem Schmerd tötet? Ja. Ich muss mal grad was wegschmeißen, hier. Den Slime würde ich ganz gerne mitnehmen. Wollen wir jetzt in Slimes farmen gehen? Können wir eigentlich, ne? Hm. Weil wer weiß, wofür du noch Sticky Pistons brauchst. Ja, für die Felder und so auf jeden Fall noch. Aber ich frag mich gerade, warum ist dieser Tempel nur halb? Also irgendwie... Weltgenerator fail. Ua. Ja, vor allem überhaupt, warum ist hier... Warum ist hier im Sumpf ne Pyramide? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich dachte, die kommen irgendwie... Ja, dann hast du mir jetzt was Besonderes mal gefunden. Ich dachte, die kommen nur in Wüsten vor. Hm. Nun ja. Ähm... Irgendwie sieht das so verdammt lustig aus. Hier ist alles dunkel und dann die Slimes, die... sind so übelst grün und... Man sieht die dann so ganz kräftig. Ja, wir wollten eigentlich auch Schafe eben scheren. Nein, Facebook, ich hasse dich. Wir wollten Schafe scheren, damit wir schlafen gehen können. Damit du auch wieder was sehen kannst. Stimmt. Warte, lass uns auf Facebook gucken. Oh, zwei Statusmeldungen. Obwohl... Ach, die Sonne geht sowieso schon wieder auf. Ich... ...hole aber trotzdem ein paar Schafe hier weg. Oha, Creeper. Stirb! Oh verdammt. Wo bist du? Ja, hier. Ich habe hier gerade eine Auseinandersetzung mit... Mr. Creeperman. Zack. Na gut. Gut. Herr hat das Schafes nackt. Hast du noch ein Thema, wo man irgendwie vielleicht ein bisschen mehr drüber reden könnte, als über... Höhen? Ähm... Weiß ich auch nicht. Mir fällt immer dann, wenn man was braucht, dann fällt einem immer nichts ein. Ich hätte vielleicht noch ein Thema und zwar ähm... Ja gut, das kann man jetzt nicht so verallgemeinern, aber ähm... Ja? Spielst du mit der deutschen Version oder mit der englischen Version von Minecraft? Äh, mit der... ...deutschen? Oder? Ja, doch mit der deutschen. Ich muss gerade mal ins Investor gucken. Ich meine jetzt eher so vom Thema her, ähm... Was hältst du? Oder... Sagst du eher sticky piston oder klebriger Kolben? Ach so. So meine ich jetzt irgendwie so. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, eigentlich sag... Ja doch, ich glaube ich sag dann eigentlich... Kleber Kolben oder... Oder nur Kolben. Ja, bei mir ist das so, bei manchen Sachen sag ich die englische Bedeutung und bei manchen die deutsche irgendwie. Zum Beispiel bei... Ist halt so... Cobbled stone ist halt... Ich meine, wer sagt schon Pflasterstein. Ja, wenn dann sag ich... Koppel, koppel, koppel. Ja, ich bin hier bei den ganzen Slimes im Wasser. Warum sind die eigentlich noch da? Weiß ich nicht. Können die ja nicht... Können die sich im Wasser nicht bewegen? Also hüpfen die im Wasser nicht? Ja, die schwimmen natürlich. Ähm... Ne, und sonst ja so Holz und... Kies und Sand und so, da nehm ich eigentlich denn die deutschen... Ja, was bei mir auskommt. Ich hab halt so manche Ausnahmen, da sag ich immer so... Die englischen Sachen wie bei Cobble oder Pisten... Ja, ich weiß nicht, Stickies oder Stöcke, sag ich... Mal das eine mal das andere, glaube ich. Ja, ich sag eigentlich immer Sticks und nicht Stöcke. Ah, ich hab grad Stöcke. Stöckchen. Ich hab grad Stöcke. Stäbchen. Was, du hast einen großen Stock? Ja, und hier kommt der... Uh... Gut. Wilden Bällen. Du hast... Die wilden Bälle sammelst du alle gar nicht ein hier. Doch, ich hab... Ich hab jetzt schon... 36 wilde Bälle hab ich. Du hast ja ein wildes Auge verloren. Aua. Oh, ich muss mal was essen. Ich auch. Ich seh das noch kaum. Irgendwann tötest du mich und mein ganzer Scheiß liegt dir rum und du hast keinen Platz dafür. Ja, dann kannst du dich auch zu mir teleportieren oder so. Das wär ja voll Cheaten dann. Ich glaub auch nicht, dass ich den Weg zu dir zurück finde. Ähm... Was hast du jetzt eigentlich aus den Kisten da bekommen? Aua. Ähm... Ich hab nur das Wichtige mitgenommen. Also Knochen und sowas da gelassen. Ähm... Drei Diamanten. Was? Die hab ich... Die Knochen und so hab ich noch mitgenommen. Drei Diamanten und 21 Gold. Oh, das geht ja. Mhm. Wo bist du jetzt schon wieder? Ähm... Ja, ich bin hier weiter gegangen. Wo bist du denn schon wieder? Ich seh dein... Nein, du läufst in die andere. Falsche Richtung. Genau gegen... Ja, aber lass es nicht in den Dschungel gehen. Ja... Achso, da ist Dschungel, da ist auch Dschungel. Da ist auch Dschungel. Da bekommt man immer so ein bisschen FPS-Einbrüche und... Mit dem Shader bin ich so da sowieso irgendwie so... So an dem Maximum, was ich rausholen kann. Oder fast. Ähm... Ja, keine Ahnung, dann äh... Umdrehen. Oder vielmehr hier so. Wo ich jetzt hingehe. Hier ist eine Höh... Hier ist eine Höh... Höhle. Oder... Ja, lass uns reingehen. Okay. Moment, hier ist Sand abgesackt. Hier können wir auch irgendwo... Ist doch gewiss dieselbe Höhle, oder? Das ist dieselbe Höhle. Ja, ist sie. Mhm. Äh, ich muss hier grad mal eben rein, sonst ertrink ich hier gleich. Gut, das war kein gutes Thema mit den deutschen und englischen Namen. Ne, irgendwie nicht so. Der hat dann jetzt schon wieder geschrieben. Der Nick. Ach, der hat auf die feuchten Grüße geantwortet. Äh, die Höhle ist irgendwie ganz schön scheiße, ne? Oder geht das hier noch weiter? Guck mal, hier ist ein Pilz. Willst du den Pilz haben? Nein, ich hab genug Pilze. Dann kannst du dich fühlen wie Mario. Ich hab genug Pilze. Tüchtest du die selber? So, zu Hause? Ja, in meiner Hose. Oh, Mann. Alles nur Ironie. Und Sarkasmus. Ja, sollte man ja mal anmerken, nicht, dass das hier jemand glaubt und so. Ja, nicht, dass jemand denkt, wir duschen mit Socken oder so. Die Höhle ist wirklich ganz brillant. Ja, du findest immer so tolle Höhlen hier, ne? Mhm. Okay, ich hab... Wir haben aber jetzt auch schon freundlich aufgenommen, oder? Keine Ahnung, ich kann keine Kohle mehr mitnehmen. Was schmeiß ich denn weg? Und die Qualität ist auch eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Also ich hab... Du hast bisher noch keine Roboter-Attacken-Dinger. Ja. Ja, wir haben... Ja, das läuft jetzt auch gerade über Kai, der Server, ne? Mhm. Oh, da hat mich schon wieder einer per Skype geschrieben. Denn mach doch Skype aus, oder... Guck einfach nicht, wer dir schreibt. Da fragt noch einer und wer hat gewonnen. Wo bist du? Ach, du bist da oben. Hm. Open. Äh, warte, ich, äh... Ich buddel mich mal eben zu dir hoch. Ja. Ich glaub, wenn wir aber irgendwie aufhören würden, irgendwann... Und wir dann hier aufhören würden... Oh shit. ...dann würde ich nie wieder zu dir zurückkommen, wenn wir dann nochmal aufnehmen würden, oder? Ähm...